was zuerst doch nö so boah scheiße ist das langsam okay geh ich mal hier rüber na toll das kann noch ein bisschen länger dauern erstmal hier hoch und dann hier hoch dann hier hoch klappt doch oh scheiße ja 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 Ja, der Kampf ist vorbei. Okay. Langsam ist ja nicht mal schön hier. Okay. Irgendwie war es dann wieder ein Beinahe gewesen. Ich sollte weniger Leute umbringen. Also, Leute musste ich jetzt umbringen. Da kam so plötzlich Kabelwerkzeug. Okay. Attentäter. Attentäter und Attentäter. Komm. Schlafen wir euch jetzt so weit runter? Jo. So. Okay. Speichere ich mal bevor wir da reingehen? Und dann mal rein da. Ich denke, was verursacht mehr Schalen, wenn ich ein Feind noch nicht erblickt hat. Achso, okay. Weiß ich auch schon so langsam. Wir halten es da drin nicht mehr lange aus. Haben Sie davon, wenn Sie was aus der Destillerie klauen? Das vergiftete Elixier ist mieses Zeug. Nennt man Ironie, glaube ich. Das Elixier soll gegen die Seuche helfen. Aber jemand hat das Zeug vergiftet. Das Elixier macht jetzt krank. Ich glaube nicht, dass das Wort das bedeutet, Idiot. Was weiß ich. Dann halt ein anderes Wort. Mir tun die armen Schweine fast leid, die es getrunken haben. Mir nicht. Oh. Ähm. Ich höre extrem viele Weihnachten. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Bringt bis zum Letzten. Das ist mein Motto. Warte! Äh, ich hab hier ein wenig Angst. Da unten ist ja jetzt wahrscheinlich wieder ein Weiner, aber... Ja, Weiner, so heißen die. Speichere ich nochmal hier. Okay, wir gehen das mal hier ganz vorsichtig durch. Hab ja grad schon wen beiden gehört. Ich hab's nur... Irgendwas Gutes gefunden? Halt's Maul! Okay. Keine Ahnung, wo das ist. Aber eins haben wir schon gefunden. Fällt mir grad ein. Wasser scheiße langsam. Ich hätte so eine halbe Stunde aufnehmen. Also noch zwölf Minuten. Wasser, Wasser des Geistes. Was ist das? Wenn du in Wasser hähn... Wenn das Wasser hähn... Wenn das Wasser hähn... Irgendes ein kleines Zeltes Maul hast. Okay. Brauch ich nicht. Oh, ich habe noch gehört. Ich habe etwas ganzes Gefühl. Aber das kann ja auch so sein... Und das kann ja auch nicht mal sein. Ja, ja. Oh, ich habe noch hier. ein Slack-Draw. Irgendwo unten der wahrscheinlich. Ah, da hinten. Ich gebe erst mal hier die Sachen mit. Die letzte Mal ich mitgenommen war zu sehr in Eile. Eine Hemlock-Essenz. Hätten wir es nicht vergiftet wäre alles anders gelaufen. Da ist wirklich alles anders gelaufen. Da haben wir einen Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Ein Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei an der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Wer dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun? Okay. Und du willst da rein in dieser Aufmachung und die Pündelchen-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen gefallen tust, verstanden? Okay. Jemand, aber ich weiß nicht wer. Tötet meine Männer, bildet in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geht zu dem Haus von diesem Galvani. Lebt ganz in der Nähe beim Clown Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Okay. Okay. Jetzt macht das gleich alles viel einfacher. Ich wüsste immer noch gerne, wo sind die alte Fakte? Hier gibt es so wie ich sehe nur noch eins. Das ist in knapp 58 Metern. Aber wie ich da hinkomme, das ist eine andere Frage. Und dass da überall Weiner sind. Kette. Ja, was man nicht alles tut, für alle ruhen, ne. Ja, ja, hafter Sprung. Da kämpfen wir schon wieder gegen die Weiner, die sind im Kommen. Aber was komm ich hier rein? Willkommender Gast. Mal gucken. Was machst du denn? Du kannst weiße Rattenlinger beherrschen. Ja, ich kann nichtmals beherrschen. Aber wie ich sehe, sind da hinten... Da hinten sind Weiner entkommen. Okay. Ich hab schon krank. Du hast schon krank. Tut mir leid, ich wollte euch vielleicht umruhigen. Das ist kein Ende. Ach. Kleines Miststück. Hier hinten können wir mal rumkippen. Haben die irgendwas dabei? Jetzt mal looten. Okay. Okay, das ist... Bis jetzt ein ziemlich merkwürdiges Level. Alles ist anders als vorher. Ich wurde angespuckt. Richtig oft. Okay. Ach, scheiß Lumpengräfin. Er ist hier alles aus nem Ruder gelaufen. Zu Bollstreet gehen. Ich bin nur hier, um zwei Leute umzubringen, oder? Oder ein paar Leute umzubringen. Und die... Kleine wieder zu finden. Okay. Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde, Idiot! Golden Cat. Dr. Galvanis Büros. Das ist viel schwieriger als vorher hier. Der ist immer noch hier. Find ich gut. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen! Yo! Oh! Ich guck mir alles an. Okay. Ach, so teuer, ey. Die scheiße Teilungsbolzen. Viel zu teuer. Ja. Die komischen unsichtbaren Typis. Die sind auch merkwürdig. Die kommen immer. Ja. Jetzt mit dem Weinen an, checke ich auch noch nicht so ganz. Oh, da war noch ne Tür. Ja. Ich weiß, dass der Wohnungskrater needed. Scheiße. Ich wollte nämlich teleportieren. Warte, ich guck nochmal ganz kurz. Weiter Richtung Golden Cat. Drei Stück hab ich schon gefunden von fünf. Und die sind die letzten beiden, die es ja noch gibt. Ich fühle, ihr großes Zeitalter zu Ende geht. Okay. Sie verbrennen die Wahl. Okay. Der Schrecken von Handysiel ist in die Stadt gekommen. Okay. Als der Damm brach schoss der Fluss hinein. Ein ganzer Stadtteil lag im Dunkeln. Ich guck, ich guck mal was über den Typen. Ich freue mich darauf, wie auch so. In der Akademie schneiden sich das Fleisch von den Toten und von den Herzen des Himmels ein. Ja, aber ich sag dir jetzt auch mal, das war's. Geht's wieder langsam. Reg mich jetzt auf mit dem Legs. Sag dir mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Razer LP. Hey. Hey.